Die Kirche Dass du hin und wieder vor einem Haufen halbesoffener Bauern in einem Tantschuppen jaulst, heißt noch lange nicht, dass du eine Kirche bespielen kannst. Wir sind schon acht Personen, inklusive Jesus am Kreuz. Woher wollt ihr die Leute dafür nehmen? Es gibt doch mehr Stimmen in Handels Halleluja als Einwohner im Dorf. Nach 16 Jahren an der Supermarktkasse kennt Lena hier jeden im Umkreis von 100 Kilometern, plus Tanten und Cousinen. Da reicht's wohl als Qualifikation, dass man mal einen Liter Milch gekauft hat? Riecht doch kein Schwachsinn! Sie sagten, es wär mein Konzert. Das ist das reinste Irrenhaus hier. Ja, kapierst du denn nicht, dass sich alle auslachen werden? Was heißt ihr Vergotte, du Arsch? Es gibt keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass Jesus getanzt hat in der Synagoge. Nein, weil er nie dran gedacht hat. Hältst nicht für toll, was? Bist du nicht. Merk's dir. Hey, willkommen. Rein mit euch, ihr Hübschen. Jetzt singen wir den Refrain, ja? Den schaffen wir, der ist total einfach. Halleluja! Lauter! Halleluja! Halleluja! Du bist unglaublich, Lena. Halleluja! 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 Vielen Dank.